Herzlich Willkommen, meine Lieben, zu Mahatera Grimm-Buddhismus, die Lücke in der Leere. Diese Lücke in der Leere bedeutet nicht, dass die Leere unvollkommen wäre. Die Leere von Mahatera Dr. Georg Grimm ist vollkommen, der Buddhismus, den er wieder zum Leben erweckt hat. Nur ein Aspekt wurde dabei nicht beachtet. Warum? Wahrscheinlich, weil er nicht nötig ist zur Loslösung. Denn ich meine, wir wollen doch mal ehrlich sein, die Lehre des erhabenen Mahatera dient ja dazu, die Reinkarnation zu vermeiden. Und da ist, wie er schon selber auch schreibt, unnötige Anthropologie und so weiter ist nicht erforderlich. Dennoch ist diese Lücke übrigens, hat der Buddha öffentlich nicht in seiner Lehre. Und doch lehrt das Buch des Lichts, dass er sie gelehrt hat einigen ausgesuchten Menschen. Und das ist die gesamte Lehre des Buchs des Lichts. Wollen wir mal schauen, wo genau ich meine, wo diese Lücke ist. Auf Seite 206 von Mahatera Dr. Georg Grimm in der Hohen Wahrheit von der Leidensentstehung lesen wir, wie der Buddha so schön sagt, hier im Bewusstsein steht das All, das ist völlig richtig. Wir wissen ja, dass wir auch nicht das Bewusstsein sind, sondern dass das Bewusstsein entsteht durch Kontakt. Also Auge, Sieht, Objekt, Sehbewusstsein, Ohr, Hört, Ton, Hörbewusstsein und so weiter. Also auch das Bewusstsein ist was Sekundäres, Tertäres und so weiter. Und er sagt, Mahatera, Dr. Georg Grimm zitiert den erhabenen Buddha. In eben diesem Sechshohen, Entschuldigung, entschuldigt bitte meine Probleme, ich habe Lungenentzündung immer noch und fällt mir nicht ganz so leicht. Also, der Buddha wird zitiert von Mahatera Dr. Georg Grimm. Und da heißt es, in eben diesem Sechsfuß hohen, mit Wahrnehmung und Bewusstsein behafteten Körper ist die Welt enthalten, der Weltentstehung, der Weltende und der zum Ende der Welt führende Weg, ganz klar. Dann schreibt unser lieber, hochverehrter Mahatera Dr. Georg Grimm weiter, in diesem Sechsfuß hohen Körper aber kommen wir, oder zu diesem, zu diesem Sechsfuß hohen Körper, aber kommen wir durch Ergreifen eines befruchteten Keimes. Das ist völlig richtig und es wird ja auch nicht in der Lehre genau beschrieben, wie das nun aussieht mit den Skandas und permanenten Atomen, aber das ist auch nicht wichtig, wenn es sich nur um Loslösung handelt. Das meine ich hier gar nicht, obwohl das auch in der Lehre nicht genannt wird als eine Lücke oder als etwas Fehlendes. Könnte man auch noch alles hinzufügen und so weiter und so weiter. Da gibt es tausende Dinge, aber etwas ganz Wichtiges, meine Lieben, und zwar, Der Mahatera Dr. Georg Grimm schreibt auf Seite 206 unten Unseres dürstenden Willens, also zu diesem Sechsfuß hohen Körper aber, kommen wir durch Ergreifen eines befruchteten Keimes in eine Mutterschoße, aufgrund unseres dürstenden Willens, welcher Keim sich dann auf dem Wege des Werdens zu unserem Körper entwickelt. Völlig richtig ist das beschrieben. Jetzt schreibt unser lieber Mahatera Dr. Georg Grimm, Dabei bleibt aber ungeklärt, welches Prinzip bei diesem Werden die materiellen Stoffe gerade in die Form des körperlichen Organismus mit seinen Sinnesorganen zwingt, so dass diese Sinnesorgane bewusst sein und damit das Phänomen des Lebens hervorbringen mögen. Diese Zielstrebigkeit des Werdens, schreibt er, ist auch für unsere modernen Naturwissenschaften ein unlösbares Rätsel. Das ist richtig. Sie bleiben in der Fragestellung stecken, dass sich alles Werden eben in den Naturprozessen vollziehe. Noch dazu in den chemisch-physikalischen Prozessen. Und da schreibt Mahatera Dr. Georg Grimm ganz richtig, wie wenig ich das besagen will, wird schon dadurch deutlich, dass das lateinische Wort Prozessus nichts weiter als Vorgang bedeutet. Im Sinne, wie das in der Rede, wenn nur zum Ausdruck kommt. Es geht etwas vor. Ein Prozess. Richtig. Mahatera Dr. Georg Grimm schreibt weiter, gegenüber dem eigentlichen Problem, des sinnvollen, dieser auf Verbeiführung eines ganz bestimmten Resultates gerichteten Naturvorgänge, müssen also auch unsere Naturwissenschaften ihren Bankrott erklären. Jawohl. Stimmt. Er schreibt nur, vereinzelte Neovitalisten wagen, dieses Problem anzurühren. So. Wie löst nun der Buddha das Problem? Mahatera Dr. Georg Grimm beschreibt es. Der Buddha, sagt er, löst auch dieses Problem der sinnvollen Formung der Materie zu einem Bewusstseinsapparat, indem er in der Kausalitätskette nach der Feststellung, dass das Werden unseres körperlichen Organismus durch den Hinzutritt des Bewusstseins bedingt ist. Diesen Hinzutritt des Bewusstseins durch die weitere Feststellung aufklärt, in Abhängigkeit von den Hervorbringungen, Sankara, entsteht das Bewusstsein. Und dann sagt er, beweist dieser Satz doch eben, oder besagt dieser Satz doch eben, die Hervorbringungen gestalten den in einem Mutterschuss ergriffenen Keim zu dem körperlichen Organismus, dessen ins Unendliche gehende Kompliziertheit und Vollendung nur der kennt, welcher Anatomie studiert hat, wird da wiederum Schopenhauer zitiert, als dem Apparate, der in seinen Sechssinnesorganen während eines ganzen Lebens hindurch für uns Empfindungen, Wahrnehmungen, schöpferische Geistestätigkeit und Erkennen ermöglicht. Und da sagt der Buddha, wird zitiert, Mönche, die Sankara, Hervorbringung, heißen so, weil sie das, was Sankatam, hervorgebracht ist, hervorbringen. Abisankarunti. Was bringen sie hervor? Sie bringen die körperliche Form, um der Körperlichkeit willen, als hervorgebrachtes hervor. Bringen die Empfindungen, um der Empfindung willen, als hervorgebrachtes hervor. Bringen die Wahrnehmung, von der Wahrnehmung willen, um das hervorgebrachtes hervor. Bringen die schöpferischen Geistestätigkeiten, um ihretwillen, als hervorgebrachtes hervor. Bringen das Erkennen, um seinetwillen, als hervorgebrachtes hervor. Und Mahatera, Dr. Georg Krim schreibt, so hat also der Buddha das Werden des gesamten Persönlichkeitsbetriebes in einen Haufen von Hervorbringungen aufgelöst. Ja, und er zitiert dann auch die Nonne Valjira, die den König so richtig hin- und herschüttelt in der Diskussion und sagt, es gibt überhaupt keine Persönlichkeit per se, aber das passt jetzt hier mal nicht hierher. Mahatera, Dr. Georg Krim schreibt, somit haben wir das Resultat. Als Resultat. Die fünf Gruppen sind Hervorbringungen in dem zweiten Sinne des Wortes. Dass sie das von den Hervorbringungsakten hervorgebrachte, Sankatham bilden. Die Hervorbringungsakte selber werden, wie uns die vorangeführte Seite aus Samyotin Ikaya 22 sagt, zu dem ganz bestimmten Zwecke gesetzt, auf diese Weise einen Körper, Empfindungen, Wahrnehmungen, Schaffende, Geistige Tätigkeit und Erkennen zu ermöglichen. Das heißt doch wohl, sagt er, hinter den Hervorbringungen steht ein Wille. Steht unser Wille, in dessen Dienste, die Hervorbringungen arbeiten. Meine Lieben, und jetzt kommt natürlich das Buch des Lieds und sagt, alles das stimmt, hervorragend, könnte man gar nicht besser definieren. Aber, es wird hier nicht darauf verwiesen, weil es auch nicht nötig ist, eigentlich, zu erklären, wie denn nun der körperliche, da hat ja der Matera-Dektor, Dr. Georg Grimm, auch dann ganz klar auch später mal gesagt, weil wir nicht wissen, wie die automatischen Funktionen des Körpers das überhaupt, das entsteht ganz innen, sagt er, im Urgrund sozusagen, im Erkenntnisvorgang, wie überhaupt das Herz, die Lunge, die Nieren und so weiter, wissen wir nicht, wie das arbeitet, weil das automatisch geschieht. Oder sagt ihr eurem Herz gerade mal, schlag mal bitte, ich muss mal diesen, das tun. Nein. Arbeit von selbst, oder? Die Nieren sagen, euch, wann ihr zur Toilette müsst und der Darm nicht umgekehrt. Ja? Das Gleiche mit allen Organen, meine Lieben. Und die Frage wird also hier nicht beantwortet, weil sie auch nicht nötig ist, zur Loslösung. Der Buddha hat sie aber in der Geheimlehre, in seiner Geheimlehre beantwortet und in Akasha, im Buch das liest, wird das Ganze jetzt nun mal geklärt und darum wollen wir uns mal dieser Sache jetzt hier widmen. Wenn die Monade, wenn die Monade sich in einem neuen, befruchteten Schoß verankert, dann könnte man jetzt sagen, ja, wie entsteht denn jetzt dieser ganze Körper da, diese ganzen Nieren und alles wird ja von der Mutter, entsteht das alles klar, oder vom Vater auch, vom Samen, nicht wahr? Aber da hat die Monade ja praktisch gar keinen Einfluss oder sie erlebt einfach zunächst mal diese Funktion. Das gilt nicht für einen Meister, das sind alle Dinge anders. Aber hier ist es doch so, meine Lieben, dass das, was Mahatera, Dr. Georg Grimm, hervorbringen bringt, Hervorbringungen nennt, unter Assistenz stattfindet. Von Anfang an. Und wenn wir zurückgehen in der Geschichte der Menschheit, das wird hier beim Mahatera nicht erwähnt, weil es auch gar nicht notwendig ist für die Loslösung, dann wissen wir ja vom Buch des Lichts, dass der Mensch früher feinstofflich war, später feststofflich wurde und sich dadurch überhaupt die ganze arterielle und skelettale Struktur durch Verdichtung sozusagen ganz automatisch entwickelte. Aber die Frage ist doch, wo kommen diese Ursprungssachen her? Und da ist es doch so gewesen, meine Lieben, da müssen wir dann weit, weit zurück in der Entwicklung der Menschheit, wo die Monaden als erstes ins Mineralreich steigen. Und dort durch eigene Klammerungen Minerale Strukturen erzeugen in Mula Prakriti in der Materie. Wie können Sie sich jetzt weiter, ich bitte euch, wie können Sie sich jetzt weiter zu einem Menschen von heute entwickeln? Einfach durch Hervorbringungen? Ja und Nein. Denn in ihrer, in ihrem Fahrt durch die Naturreiche wird die Monade assistiert entweder von Elementalen oder von ätherischen Kräften oder astralen Kräften, deren Karma es ist, die Monade mit Hüllen zu versehen, damit sie in den entsprechenden Ebenen auch arbeiten, wirken und ihr Verlangen ausleben kann. Und an der Spitze dieser Hierarchie stehen natürlich Dion Chahans, Hohe Wesenheit. Das heißt also, die unter Assistenz stattfindende Grundstruktur in feinstofflicher Art damals, die funktioniert deshalb automatisch, weil die können wir uns gar nicht mehr dran erinnern. Ein Meister kann das. Ein Meister kann seinen Herzschlag stoppen, dies und das und jenes machen wir nicht. Weil das fand so lange zurückstand statt, hunderte von Millionen Jahren. Und dann hat sich unser Zustand verdichtet. Und selbst im protoplasmischen Zustand wurden wir immer noch assistiert, meine Lieben, von astralen Kräften, Manas, Saputras, mentale Kräfte, dann haben wir astrale Kräfte, die den Linga Charira versorgt haben und besorgt haben, den Astralkörper. Und selbst bei jeder Geburt, meine Lieben, bei jeder Geburt assistieren Engel astrale Wesenheiten. Sonst könnte die Wesenheit drinnen nicht existieren. Die tun natürlich nur, was ihrem Karma entsprechend ist, das versteht sich von selbst. Und könnten die ja sagen, mein Engel, gut, dann mach mal einen vollkommenen Menschen, das geht nicht. Sonst können wir ja nicht lernen aus unseren Handlungen, aus unserer Wut, aus unserer Liebe, aus unserem Hass, aus unserem Leid, ja? Sonst können wir nicht lernen, dass wir eigentlich gar nicht hierher gehören, meine Lieben. Und da schließt sich wieder der Kreis zu Mahatera, Dr. Georg Krims Botschaft, so wunderbar. Wir gehören nicht hierher. Wir haben mit der Persönlichkeit nichts zu tun. Die Persönlichkeit ist etwas völlig Fremdes, das wir uns angeeignet haben. Oder, jetzt pass auf, der Lebensdurst führt uns in die Materie. Da verlangt es uns danach. Wir können aber unsere Hülle nicht alleine schaffen, so geht das nicht. Der Mensch ist nicht der eigene Schöpfer seines Körpers. Angesichts Gottes schuf sie ihn. Dieser Gott, für die naive Masse mal so genannt, das war in unserem Falle dann Elohim. Unterschiedliche astrale Kräfte, die uns entsprechend unseres Wahrnehmungs- und Verlangenszustandes diese Hülle gegeben haben. Wenn einer ein böser Mensch ist, dann kriegt er eine Hülle vom Dämonen. Ja, Entschuldigung, wie soll man denn sonst lernen? Und wenn einer ein guter Mensch ist, kriegt er eine Hülle von einem höher schwingenden Wesen. Ganz entsprechend Skandas. Seht ihr? Und das ist die Lücke in der Lehre, die aber per se keine ist, weil man sie zur Loslösung nicht braucht. Und in meinem Vortrag über den Lebensdurs wird es ja auch ganz klar, dass das alles Krücken sind, die wir bekommen, um in dieser Welt zu leben, eigentlich um zu erfahren, dass wir hier nicht hergehören. Denn unserer zeitlos ewigen Natur entspricht dieser vergängliche Quatsch nichts. Das wussten wir aber nicht. Wir müssen erst meditativ die Welt sehen und alles und unseren Körper auch und so weiter und dann verstehen, dass das Anata ist. Unangemessen für einen wirklich Suchenden und für einen wirklich jemand, der sagen will, wer bin ich? Der muss erstmal umgestellt werden auf eine Frage, nämlich wer bin ich nicht? Und dann kann er sagen, wenn der ihn erfüllende Durst nicht mehr packt, nicht mehr so eine Wirkung hat, und dieser Durst ist der Bauherr. Aber meine Lieben, ein Haus wird nicht allein gebaut vom Bauherrn, sondern da sind mehrere, die dran bauen. Aber der Bauherr mag Durst haben oder der Auftraggeber, das Haus zu bauen. So sind wir von Durst erfüllt in die Materie gefallen und sofort eilen herbei, was auch immer unser Bewusstseinszustand ist, die nötigen Helfer und sagen, du willst das, kriegst du hier. Du willst im Mineralreich sein, hier hast du. Wir beschreiben im Buch das Licht die Hierarchie der Mineralwehr zuständig ist und so weiter. Und so kriegt jeder, was er will und was er braucht, um seinen Verlangenszustand auszuleben. Und so geht es dann immer weiter. Wenn er das Mineralreich verlässt, kommen andere Helfer, sagen, du willst ins Pflanzenreich? Da kommen die Feen, die Elfen, was alles so gibt, Leute sagen, als Märchen, da kommen ganze Scharen, Armeen, kein Millimeter in unserer Umgebung, es ist ohne Leben, meine Lieben. Und was immer wir wollen, uns wird gegeben. Ja, bittet und euch wird gegeben, sagt Jesus, selbstverständlich. Und immer wieder wird das gegebene Asche im Mund, meine Leben. Und wer natürlich diese Einzelheiten, wer dann vielleicht das gelesen hat beim Mahathera oder auch beim Buddha, wo steht, ja, der Körper, da läuft etwas ab, ohne unsere Einwirkung, ja, warum, wie, wo kommt denn das her? Wo kommt denn das her, was da ohne meine Einwirkung läuft? War es doch der liebe Gott? Das ist eben die Monade, wenn wir ganz drücken, ihren Anfangsstadien auch, wird von den entsprechenden ätherischen Kräften mit dieser Struktur versorgt, die erst eine ätherische Niere war und später eine verdichtete. eines Tages werden wir nicht aufhören zu lächeln, wenn wir gehen, werden wir schweben und Licht wird aus unseren Augen brechen, so Watty und Toben. Ja, auch das natürlich wird eine schöne, aber vergängliche Existenz sein. Ich bitte euch, der Buddha hat da mal ganz klar einen Strich gemacht. Und Mahatera Dr. Georg Grimm, gesegnet sei er, hat mal den wahren Buddhismus im Leben, er weckt nicht diesen geisteskranken Dalai Lamaismus und seinen perversen Ritualen. Ja, und wenn wir, meine Lieben, auf Seite 204 von Mahatera Dr. Georg Grimm, die Lehre des Buddha, lesen, über die Sankara, die Kausalitätskette, dann müssen wir wissen, dass jede Kausalitätskette immer mit der Wesenheit beginnt, die sich in die Materie stürzt, dort breit macht, wenn ich das mal so sagen darf, alles ergreift, was nicht nid- und nagelfest ist, und beim Ergreifen entsprechend des Verlangenszustands von anderen Wesenheiten assistiert wird. Und da schreibt Mahatera Dr. Georg Grimm ganz richtig, wie die Kausalitätskette im Allgemeinen, so hat auch speziell der Begriff Sankaro bei den europäischen Gelehrten die verschiedensten Deutungen erfahren. Und doch ist auch er so klar, wie die Kausalitätskette selber. Sankaro kommt vom Verbum Sankaroti, das dem lateinischen Confizere entspricht, in dem es wörtlich, und jetzt aufgepasst, meine Lieben, zusammen machen, zusammen fügen bedeutet. Wer hat denn zusammen gemacht, meine Lieben? Da steht hier natürlich nicht drin, wer hat denn zusammengefügt, wer hat denn uns diese zusammengesetzten Komponenten gegeben, das waren die entsprechenden astralen Rassen, damit wir überhaupt funktionieren können. Das sind unsere Maßschneider. So kann man es wörtlich fast nehmen, meine Lieben. Und die haben uns vor langer Zeit die Grundkonzepte gegeben, dass wir uns gar nicht mehr daran erinnern können, darum funktioniert das automatisch. Worauf wir jetzt bauen können, ist auf einem Automaten, das ist so wie ein, schaut mal, das ist so wie ein Auto. Die meisten wissen doch ähnlich, wie ein Auto funktioniert, oder? Komm, sind wir ehrlich. Ja, man steigt ein, man fährt los. Und die ganze Maschinerie funktioniert von selber, und wenn irgendwann mal was passiert, dann sagen wir, oh, jetzt müssen wir jetzt eine Reparatur. So kann man sich das ungefähr vorstellen, ja. Also man darf mit diesem Vergleich nicht zu weit gehen. Diese selbst laufende Struktur von Kreislauf, Atmung, von Niere, Leber, Bauchspeicheldrüse, Verbrennung, Stoffwechsel, Blutkreislauf. Die Wissenschaftler denken immer, die Mediziner denken, das Herz ist eine Pumpe. Ja, im Himmel ist Jahrmarkt. Das Herz ist keine Pumpe. Das Herz ist ein Ventil. Ja? Das sind so die Grundlehren, die man, weshalb, wie ich immer sage, man sich vielleicht doch mit dem Buch des Lichts befassen sollte, gerade wenn man Wissenschaftler ist. Mehr und mehr überall, höre ich jetzt, meine Lieben, ist der Mensch vielleicht doch älter? Waren die Dinosaurier zusammen mit den Menschen? Stammt er wirklich nicht vom Affen ab? Ich meine, ich bin ja schon, ich bin ja schon ein bisschen ruhiger geworden, wie früher. Hat Johann gesagt, ärgere dich nicht. Ja, meine Lieben, jetzt kommt zwar der Neandertaler, vielleicht doch nicht so dumm, wie geschildert wurde. Ach wirklich? Habt ihr das Buch des Lichts vielleicht gelesen? Oder wie soll ich das sehen? Und wenn unser hochverehrter, Maraterer Dr. Georg Grimm, den Buddha, zitiert, der auf Seite 205 sagt, vergänglich sind die Hervorbringungen, Sankara. Unbeständig sind die Hervorbringungen, unerquicklich sind die Hervorbringungen. Es langt, um alle Hervorbringungen überdrüssig zu werden, langt, um von ihnen zurückzuschrecken, oder vor ihnen, langt, um sich von ihnen loszulösen. Ja? Meine Lieben, diese sogenannten Hervorbringungen sind einfach Strukturen, die uns von entsprechenden Hierarchien gegeben wurden. In der Bibel werden sie Elohim genannt und mit einem einzigen Gott verwechselt. Mein Gott, es sind unendlich viele Scharen, die am Bau des menschlichen Körpers so beteiligt sind, wie viele Arbeiter am Bau eines Hauses. Anders geht es nicht. Die Monade allein, meine Lieben, wollen wir uns mal nichts vormachen. Die Monade allein könnte weder Mineralpflanze, Tier, Mensch, Engel sein. So geht es mal los. Ja? Genau diesen Zustand, wo das alles herkommt, das wird nicht so behandelt in der Lehre des Buddha und auch im Mahatera, Dr. Georg Grimm. Aber das macht nichts. Ich will es nur sagen, weil man hat mir die Frage gestellt, warum das Buch des Lichts, wenn ich mit Grimm alles habe. Selbstverständlich haben wir mit Grimm alles. Aber es mag ja Menschen geben, die während sie die Lehre lesen, sich Fragen stellen und sagen, aber wo kommt denn das her? Die Elemente, was ist denn das? Erde, Wasser, Feuer, Luft, Raum, Bewusstsein? Hier steht nirgendwo drin, dass die Erde zum Beispiel der Körper eines Planetenengels ist. Dem ist aber so. Nicht nötig für die Loslösung, gar keine Frage. Aber es kann sein, dass man, wenn man Mahatera, Dr. Georg Grimm, dem ich ja immer alle meine Bücher widme, wenn man ihn liest, dass Fragen zusätzlicher Art aufkommen und dann verweise ich auf das Buch des Lichts. und dann verweise ich auf das Buch des Lichts.